Oh Leute, wie krass ist das denn? Eine Milliarde Dollar liegt hier auf dem Boden und ihr könnt entspannt viel XP draus machen, vertraut mir. Macht das so schnell ihr könnt, bevor es gepatcht ist und teile es jetzt sofort mit deinen Kollegen. Ansonsten ist das Ganze gepatcht und du sitzt dann da und denkst dir, scheiße man, hätte ich das doch gemacht. Naja, kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Wie funktioniert das Ganze? Was muss man machen? Kein Problem. Ich zeige euch diesen Glitch jetzt einmal im DMZ-Modus, aber ihr könnt diesen Glitch auch ebenso im normalen Multiplayer ausführen. Der Unterschied ist, im DMZ bekommt ihr etwas weniger XP, dafür ist es ein bisschen einfacher und im Multiplayer ist es ein bisschen schwieriger, aber ihr bekommt dort umso mehr XP. Also je nachdem könnt ihr mal gucken und euch austesten. Am Ende würde ich sagen, dass ihr es im DMZ lernt, bis ihr es richtig drauf habt und dann geht ihr über in den Multiplayer und nutzt das aus, Freunde, direkt, so schnell es geht, so oft es geht, weil es wird verschwinden. Und zwar funktioniert dieser Glitch wie folgend. Ihr werdet jetzt mit einem kleinen Trick richtig viel Geld machen und mit diesem Geld kauft ihr dann Munitionskisten aus der Vorratsstation und bekommt so richtig viel XP. Der Glitch ist super einfach, ihr könnt das Ganze solo machen, aber am besten macht ihr es mit euren Freunden. Also, wie funktioniert das Ganze? Ihr müsst einmal im DMZ-Modus spawnen oder generell auch in Warzone funktioniert das Ganze so. Ihr braucht ein bisschen Geld, einen mittleren Rucksack oder einen schweren, also großen Rucksack und der Slot, wo die Waffe eigentlich reinkommt, in den Rucksack muss leer sein, denn die brauchen wir gleich. Im Warzone-Modus müsst ihr in die Festungen gehen und dort hoffen, dass dort Gegner sind. Diese töten und die droppen Waffen. Und im DMZ-Modus sind die Bots überall. Jetzt müsst ihr hoffen, dass wenn ihr einen Bot tötet, dass dort eine besondere Waffe droppt. Und zwar eine Waffe, die gelb umrandet ist. Es gibt Waffen, die sind ganz normal weiß und es gibt Waffen, die sind gold umrandet. Und das muss genau eine Waffe sein, die gold umrandet ist. Ansonsten klappt das Ganze nicht. Habt ihr jetzt eine Waffe, die gold umrandet ist, dann müsst ihr etwas Geld auf den Boden legen, direkt neben die Waffe. Jetzt geht ihr vor die Waffe hin und dann steht da, drücke jetzt bei mir in dem Fall Tab, um die Waffe im Rucksack einzulagern. Wenn ich mich nicht irren sollte, sollte das Ganze auf der Konsole, Pfeiltaste runter sein. Aber das steht ja da, also keine Sorge. Jetzt positioniert euch mit der Kamera zur Waffe und das Geld sollte am besten etwas weiter hinten liegen. Jetzt geht ihr ganz langsam zurück, bis dort steht Geld aufheben, aber gerade dann, wenn die Waffe verschwindet. Jetzt, Leute, drückt ihr die Tab-Taste oder bei euch jetzt die Pfeiltaste runter, um die Waffe, die auf dem Boden liegt, mit dem goldenen Rahmen einzulagern in dem Rucksack. Wenn alles richtig geklappt hat, dann bekommt ihr richtig viel Geld und das Ganze ist erledigt, meine Freunde. Also brutal, brutal geil. Was ich hier an der Stelle erwähnen möchte, wie gesagt, das Ganze geht auch im Warzone, aber da ist es richtig schwer. Also würde ich euch empfehlen, das Ganze einfach hier im DMZ-Modus zu machen. Da habt ihr es entspannter. Und das Ding ist, Freunde, ihr könnt dort auch eure eigenen Waffen mitnehmen. Packt die einfach ein, funktioniert alles. So, das Ding ist jetzt, bevor wir jetzt weitergehen zum Glitch, will ich ein paar Sachen erwähnen. Manchmal werden euch goldene Waffen angezeigt, doch trotzdem funktionieren diese goldenen Waffen manchmal. Bedeutet für euch, ihr müsst dann hingehen, eine andere Waffe suchen und mit dieser anderen Waffe das Ganze probieren. Ich weiß nicht, woran es liegt oder was genau das Problem ist, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Aber nichtsdestotrotz, könnt ihr einfach zu der nächsten Waffe hingehen, Geld auf den Boden legen, ihr schaut die Waffe an, geht leicht nach hinten, sobald wieder da Geld steht, drückt ihr einmal die Tab-Taste oder Pfeiltaste runter bei euch, um die Waffe in eurem Rucksack zu verstauen. Zack, wenn es geklappt hat, liegt sie im Rucksack und ihr habt richtig viel Geld auf einen Schlag gemacht. Jetzt, meine Freunde, führen wir den Glitch einmal fort. Ihr müsst jetzt zu einer Vorratsstation, wo ihr dieses Geld ausgeben könnt. Fühlt euch nicht allzu sicher im DMZ-Modus? Ich hatte sehr viele Probleme. Die Bots haben mir die Hölle heiß gemacht, ich habe das Ganze sogar solo gemacht und normalerweise spielt man das ja als Team. Also seid dort bitte vorsichtig. Es ist echt schwierig, dort zu überleben manchmal. Und vor allem, wenn ihr an einer schlechten Position seid, kommen immer und immer wieder mehr Gegner. Plus, sucht euch eine Location bitte aus für die Vorratsstation, die nicht so oft besucht ist, weil es kommen richtig, richtig viele Leute dahin. Also passt bitte auf. Mich hat es leider auch am Ende erwischt. Ich erkläre euch auch, warum das so wichtig ist. So, wenn ihr jetzt an der Vorratsstation seid und eine Waffe in der Hand habt, die ihr gebrauchen könnt, dann geht ihr hin und kauft Munitionskisten. Platten dauern zu lang, weil ihr müsst sehr schnell sehr viel Geld ausgeben. Ihr könnt auch die ganzen anderen Sachen da drin kaufen, sei es, wenn da Drohnen drin sind, kauft die ruhig, verschwendet die, spielt keine Rolle. Umso mehr Geld ihr ausgibt, umso mehr XP bekommt ihr. Kauft ruhig die Schlüssel, die da drin sind, Rucksäcke, die da drin sind und, und, und. Gibt so viel Geld aus, wie es geht. Aber irgendwann könnt ihr die Sachen nicht mehr kaufen, es bugt manchmal, dann gebt ihr euer Geld, sobald ihr natürlich die Waffe in der Hand hält, die ihr leveln wollt, einfach für Munitionskisten aus. Ihr könnt, wenn ihr auf dem PC seid, einmal die Leertaste beispielsweise gedrückt halten und dort kauft das Ganze die ganze Zeit dann. Auf der Konsole kann es sein, dass ihr vielleicht, ne, X gedrückt halten könnt und dann kauft es auch die ganze Zeit, ansonsten müsst ihr das Ganze spammen. Man muss ungefähr 300, so, ich würde sagen 300.000 bis 600.000 Dollar ausgeben, damit eine Waffe Max Level ist, ohne Double XP. So, und das Ding ist jetzt, wenn ihr jetzt eine Waffe halt Geld ausgegeben habt, switcht ihr zu der anderen. Ihr könnt auch dort in der Buy Station immer Waffen kaufen oder ihr nehmt die Waffen, die ihr leveln wollt, von vornherein mit. Aber wenn ihr stirbt, sind zwei Stunden lang diese Waffen, beziehungsweise der Slot, nicht verfügbar. Also seid dort bitte vorsichtig. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, wenn ihr jetzt hingeht und vorzeitig stirbt, wie ich, bekommt ihr nur sehr viel, sehr wenig XP. Wenn ihr sehr viel XP haben wollt, dann müsst ihr auch erfolgreich entkommen mit diesem Geld ausgegeben. Weil dann macht ihr immer 100%, 140 bis 250 bis 500.000 XP. Und das ist echt krass, vor allem ohne Double XP. je nachdem, wie viel Geld ihr ausgebt, ob ihr es mit Freunden macht, die legen dann auch nochmal das Geld für euch hin und ihr gebt wirklich alles für diese Sachen aus. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Freunde sucht, mit denen ihr das Ganze machen wollt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Eine Spielersuche ist unten in meinen Kommentaren offen. Schreibt eure Namen da rein. Sucht Kollegen. Macht das mit denen zusammen. Dort wird es dann am besten funktionieren. Weil euer Kollege kann eine Waffe mitnehmen, die ihr benötigt. Und ihr könnt eine Waffe mitnehmen, die er benötigt. Also eine Win-Win-Situation. Ihr könnt Geld machen, das ganze Geld eurem Freund droppen und könnt erneut den Glitch machen. Weil ihr könnt nur maximal 1,3 Millionen Dollar oder so besitzen, dass ihr Bescheid wisst. Okay? Und wenn ihr alles erfolgreich gemacht habt, ich bin jetzt halt in dem Fall leider gestorben, ich wollte das jetzt direkt hochladen, deswegen habe ich jetzt keinen zweiten Versuch gestartet, dann bekommt ihr richtig viel XP. Aber ihr müsst entkommen. Aber wenn ihr das nicht schafft, kein Problem. Ihr bekommt auch so die Waffen-XP. Das Coole daran ist, Freunde, oder was auch richtig krass ist, wenn ihr das Ganze eben in Warzone 2 macht, also im ganz normalen Multiplayer-Warzone, dort bekommt ihr umso mehr XP. Probiert euch gerne aus. Kauft alles. Das ist brutal OP. Testet das aus. Wie die Bankgefahr ist, weiß ich leider nicht, aber bisher ist mir nichts passiert und bisher in der COD-Geschichte bei solchen Glitches wurde ich noch nie gebannt. Deswegen kann ich denke ich mal sagen, probiert es aus. Sollte eigentlich funktionieren. Und am Ende des Tages verabschiede ich mich dann hier an der Stelle und würde sagen, Freunde, wir hören uns soweit im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Bis zum nächsten Mal.